Hola, Divertinos con cerveza mit Fredo. Ja, ich bin heute auf dem Leofre auf Mallorca. Das ist Part 2 meiner spanischen Woche. Und wir sind jetzt hier voll im Marathon auf der Kampfwanderer. Aber es hält mich jetzt nicht auf, dieses verdammte Bier zu bewerten. Und zwar ist es ein Volldamm. Was zur Hölle ist ein Volldamm? Ein Volldamm ist ein Doppel Malta. Und ein Original Merzenbier. Merzen hat man schon mal. Das ist so untergärig wie eine Art Kellerbräu. Gucken wir uns Farbe und Design an. Aber vorher warten wir mal ganz kurz, bis die Wanderer hier durch sind. Damit wir auch alle glauben, dass wir wirklich auf Mallorca sind. Und was auch zu Farbe und Design. Eine wunderschöne Büchse. Es heißt Volldamm. Also wie Van Damm und Doppel Malta. Keine Ahnung was das heißt. Mit einem genühen Charakter. Farbe und Design spricht mich eigentlich ziemlich an. Das hat auch einen schönen Hintergrund. Da ist irgendein alter Diktator oder Skabentreiber dran. Wenn du noch drauf filmen würdest. Und es gibt 2,5 Punkte. Das ist hübsch gemacht. Die Dose ist für eine Dose echt schön geschattiert. Und Volldamm ist ein cooler Name. Und was noch das geilste ist. Kamerakennst, siehst du das? Die Prozentszahl oben rechts. 7,2 Promille. Das heißt, das ist ein Doppelpack wahrscheinlich oder sowas. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe ja heute erst mal zweieinhalb Stunden Wanderung hinter mir und noch drei Stunden vor mir. Gucken, ob es 7,5 Promille Auswirkungen zeigen. Nun muss ich sagen, habe ich das Bier zwar mitgenommen. Und habe mein letztes Wasservorrat verbraucht. Nur für euch. Um jetzt Schaum und Farbe zu bewerten. Es tut mir verleid für jeden Tropfen, der hier verloren geht. So. Ja, man sieht. Ein Merzen ist ein ruhiges Bier. Mit der guten Schaumbildung in der Plastikflasche. Was sagen wir dazu? Farbe für den Merzen angemessen. Bräune, malzig. Doppel Malta steht drauf. Gefällt mir. Und der Schaum. Wenn wir jetzt nochmal hier reingucken. Erstaunlich stabil. In der Plastikflasche klebt wie oben. Schöne Blasen, schöne Farbe. Also, das gebe ich auch für beides 2,5. Sind wir bei 7,5 Punkte. Und riechen wir mal dran. Also jetzt können wir wieder Sommelier spielen. Dieses Bier. Das hat einen Karamellgeruch. Ohne Scheiß. Was sagt das? Das ist so. Und man merkt aber auch diese Doppelbockwürzel. Also, mir gefällt das. Ich bin froh, dass der Stefan als alter Porter-Hasser nicht mit dabei ist. Weil der würde wieder sagen, riecht mir zu sehr nach Oma-Kaffee und hast du dich gehört. Ich finde es geil. Und ja, es ist wirklich angenehm. Das kann man trinken. Das ist wieder gute alte Karoland-Kaffee. Da geht es nochmal zu 1,5 Punkte. Da sind wir bei 10. Und jetzt kommt der Eindruck. Und der Vergleich. Also, Bier versus Plastikflasche. Dose versus Plastikflasche. Eindeutig Sieg an die Dose. Andrunk. Oh, 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 oh. Hat. Also, diese 7,2 Prozent. Die lassen sich nicht verleugnen. Das hat richtig Karacho. Und geht mir jetzt nicht klar. Ganz so ab im Mund. Also, man merkt diese Karamellnote. Ganz stark. Aber durch den starken Alkohol kommen extrem viele Bitterstoffe schon im Andrunk im Mund vor. Ich habe heute einen guten Tag. Wir sind auf dem Berg. Es gibt nochmal 1,5 Punkte. Da sind wir bei 11,5. Die Ressenz. Also, Plastikflasche ist fies für die Ressenz. Deshalb trinkt man sie nochmal aus der Dose. Die ist da. Die ist da. Die reißt mich nicht um. Da gibt es nochmal 1,5 Punkte dafür. Summe 13. Und Mundgefühl. Boah. Ey. Also, davon trinkst du echt nicht viel. Weil das knallt einen weg von ohne Ende. Aber, eigentlich würde ich ja in der Klasse bleiben. Und das ist voll damn. Also, voll damn. So ist auch das Mundgefühl. Meine Fresse. Ich gebe da jetzt in der Klasse Märzen. Doppelbock. Das brennt richtig. Das geht richtig die Kehle runter. Und im Mund habe ich es auch. 2 Punkte und für einen Nachtrunk auch nochmal 2. Sind wir bei 17 Punkten. Also, das ist ein Bier, wenn ihr euch mal richtig die Kante geben wollt, haut das voll rein. Hat diesen bockischen Geschmack, wie man sich das wünscht. Vielleicht hört ihr im Hintergrund den ein oder anderen Bock auch rumlaufen. Hahaha. Es hat einen wunderschönen Charakter. Und es brennt den Abgang. Also, sowohl für Omas Kaffeegenuss tauglich, als auch für einen Abend vorm Pennerbier-Style-Modus. Eine schöne Dose dazu. 17 Punkte. Location gebe ich locker nochmal 3 Punkte voll dazu. Also, hier oben das zu trinken. Auch wenn ihr Spanische waren, aber Kampfjogger oder was ist hier alles. Gebt dann nur. Dieses Umi hier ist einfach voll damn. Da bin ich mal da. Und ich kann es euch allen nur empfehlen. Holt euch das. Trinkt es hier oben auf den Berg. Wir sind jetzt auf 1100... 1100... 1100... 1100 Metern Höhe. Und ich muss sagen, das ist jetzt nicht viel. Wir sind aber von der Küste her hochgelaufen. Von Null. Und da schmeckt es noch viel besser. Also, mal gucken, ob ich unten noch das nächste bewerte. Ob ich das runter schaffe. Wir werden es nie erfahren. Wir sehen es. Und liebe Grüße an Stefan. Ich liebe dich. Bis dahin. Ciao. Hast du es? Mhm. Mit den Spaniern, wo die jetzt hier langblieben. Das war geil, oder? Ja. Ja.